Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rallye 2.0 hier auf der Pixel Helden Kanal mit mir, dem Ray. Eine Rallye Location haben wir uns noch gar nicht angeschaut und das ist die Rallye Spanien. Die sehen wir hier schon, ja, so im kleinen Vorschaubild. Ja, es handelt sich hierbei um eine Asphalt Rallye. Es steht auch hier Glatter Asphalt und ich lese mal ganz kurz, was denn der Beschreibungstext zu dieser Location sagt. Spanien hat ein paar der ebensten Asphaltstraßen der Welt. Dazu kommen stark gewölbte Kurven mit unerbittlichen und plötzlichen Stahlleitplanken. In der Welt des Rallye Sports kommt man wohl nirgends näher an Rundkursrennen heran. Doch auf dieser Strecke befinden sich auch lange Gefälle, die unkonzentrierte Fahrer schnell bestrafen. Ja, Konzentration ist ja so eine Sache, die bei mir immer gerne mal ein bisschen flöten geht. Gerade wenn ich dann mal den Mund aufmache während der Rallyetappe. Das versuche ich dieses Mal wirklich sehr, sehr, sehr zu reduzieren und mich wirklich sehr zu konzentrieren. Und ja, es steht schon da, es kommt am nächsten ein Rundkursrennen heran. Ja, da bin ich ja eigentlich wie zu Hause. Und dementsprechend gibt es eigentlich nur eine Klasse, die wir in Dirt Rallye 2.0 jetzt hier zu Beginn mal anschauen werden. Ich habe schon mal eine Meisterschaft vorbereitet und zwar in der Rallye GT-Klasse. Hier kommen nämlich tatsächlich Fahrzeuge zum Einsatz, die man eigentlich eher vom Rundstreckensport so kennt. Wie zu einem, unter anderem ein Chevrolet Camaro GT4R oder ein SC Martin V8 Vintage GT4. Und last but not least hier noch der Ford Mustang GT4. Also GT4-Klasse, kennen wir, ist eigentlich, wie gesagt, auf Rennstrecken zu Hause und nicht im Rallye Sport. Aber die sind jetzt hier kurzerhand einfach mal in der eigene Klasse umfunktioniert worden. Und da sollten die Herrschaften hier doch eigentlich ganz, ganz gut auf der Rallye Spanien funktionieren. Normalerweise gibt es noch hier ein viertes Fahrzeug und zwar den Porsche 911 RGT. Das haben auch einige von euch schon geschrieben. Hey Ray, du bist so ein riesen Porsche-Fan, fahr doch den 911er. Problem nur, den 911er gibt es nur, wenn man Vorbesteller ist oder die Deluxe Edition besitzt. Ich habe weder noch, ich habe ja eine Presseversion erhalten, um das nochmal klarzustellen. Und da ist weder Deluxe Edition noch Vorbesteller-Boni irgendwie mit drin. Das heißt, ich werde mir wohl in den kommenden Tagen, Wochen, selber eine Deluxe Edition noch einfach irgendwie dazukaufen. Oder vielleicht gibt es ja auch so ein Upgrade-Pack oder sowas. Und dann hoffe ich halt einfach mal, dass ich dann den 911er noch dazu bekomme. Weil ja, den 911er würde ich schon ganz, ganz gerne natürlich hier auch in Dirt Rallye fahren. Zumal ja auch 911er wirklich in Rallyes zum Einsatz kommen. Zum Beispiel der deutsche Rallyemeister ist sehr, sehr oft auch schon mit dem 911er gefahren und solche Geschichten. Also von dem her schon sehr, sehr coole Sachen. So, wir fahren aber mit dem Aston Martin. Da gibt es auch verschiedene Lackierungen. Ich habe mich jetzt einfach mal hier für diese vierte entschieden. Die finde ich ganz nice. Kurz und Leistungshilfe hatten 440 PS auf 1,3 Tonnen Gewicht. 4,7 Liter V8 Motor. Also das ist doch schon mal sehr, sehr geil. Und ja, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir gehen rauf auf die Rallye. Wir haben wieder vier Stages. Oder vier Stages habe ich per Zufall wieder ausgewählt. Wir haben wieder zwei mittellange und zwei längere Stages. Zwei Service-Parks direkt zu Beginn eine. Und dann nochmal mittendrin. Und ich glaube, wenn ich im Wetter richtig geguckt habe, haben wir einmal zwar kein Regen, aber ich glaube, nasser Asphalt. Und das könnte natürlich eine richtige Rutschpartie werden. Ja, aber seht doch mal an. Spanien sieht doch richtig, richtig geil aus. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe auch am Setup wieder mal ein bisschen was geändert. Natürlich. Ich kann es ja nicht lassen ohne. Aber ich glaube, hier macht es auch relativ viel Sinn, was ich gemacht habe. Nämlich zum Beispiel, wir haben ja die Bodenfreiheit deutlich reduziert. Denn man hat einfach nicht hier die Megasprünge oder Bumps oder wie auch immer. Das heißt, man kann das Fahrzeug doch relativ tief vom Schwerpunkt lassen. Auch die Dämpfung habe ich deutlich fester gemacht. Wir brauchen einfach nicht so diese weichen Fahrwerksgeschichten. An den Federn habe ich es mal gelassen. Ich fand die eigentlich schon relativ stramm eingestellt. Gerade auch im hinteren Bereich ein bisschen weicher. Klar, ist ja ein Heckantrieb und mit 450 PS oder 440 PS, was wir haben, ist das auch schon ordentlich. Und ja, ansonsten Getriebe und so weiter habe ich alles erst mal gelassen. Ja, Reifen, das ist natürlich auch interessant. Es gibt Regenreifen und die können wir jetzt aber allerdings nicht aufziehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt für die entscheiden. Und ich glaube, die nächste Etappe ist dann aber eine nasse Etappe. Das heißt, ja, das wird lustig sein. Wir werden also sozusagen mit Nicht-Regenreifen auf einer nasse Etappe fahren werden. Das wäre dann so ein bisschen eine Schleichfahrt. Aber gucken wir einfach mal. Jetzt müssen wir erst mal die erste Etappe überstehen. Lange genug gelabert. Ihr wollt Action hören. Ihr wollt den V8 hören. Und den werden wir auf jeden Fall jetzt hören. Und der klingt richtig, richtig geil. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ja, werde ich brauchen. Ja, richtiger Rennwagen hier drin. 5, 4, 3, 2, 1, los. 6 rechts, 100, 3 links, 150, 2 links, extra lang, macht zu. In 3 rechts, don't cut, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts, macht auf, 30, 2 rechts, lang. In 3 links, 30, 4 links. In 5 links, macht auf, über Kuppe. In 6 rechts, in 5 links, lang, macht auf, über Kuppe. In 5 rechts, über Kuppe. In 6 links, macht auf, 150, 2 rechts, macht auf, 4, extra, extra lang, 50. 4 links, macht zu, 3, über Brücke, 30. 4 links, lang, macht auf, in 5 rechts, 100. 4 rechts, eng, in 6 links, kurz, 40. 4 rechts, macht auf, 6. Und Kuppe, in 2 links, don't cut. In 5 rechts, lang, 3 links, lang, macht zu, 2. Macht auf, 6 lang, über Kuppe. In 1 rechts, lang. Macht auf, 30. Small cut, 3 links, lang, in 3 rechts, lang, über Kuppe. In 4 links, in 4 rechts, in 4 links, lang, in 5 rechts, in 5 rechts, in 4 rechts, lang, in 5 rechts, über Kuppe. In cut, 5 links, in 6 rechts, macht auf, 50, 3 rechts. Cut, 5 links, in 6 rechts, in 6 rechts, über Kuppe, in 4 links, lang, small cut, 50. 3 rechts, lang, macht auf, in cut, 4 links. 4 rechts, in 3 links, macht zu, small cut. In rechts halten, für 50, 4 rechts, 100. 5 links, cut, 5 links, cut, spät, extra lang, 30. Früher, 5 rechts, über Kuppe, cut, 6 links, 50. 6 rechts, lang, cut, 6 links, in 6 rechts. Cut, 4 links, in 6 rechts, cut, 6 links. 5 rechts, in 5 links, über Kuppe, in 6 rechts, lang, 30. 4 links, big cut, in sofort, 3 rechts, in 4 links, 30. 2 rechts, macht zu, in 2 links, extra lang, macht auf, 120. Kuppe, in 3 rechts, lang, macht zu, in cut, 5 links, in 3 rechts, extra lang, über Kuppe, 50. 3 links, in 3 links, in 5 rechts, in 4 links, lang, über Kuppe, 80. Small cut, 6 links, in 3 rechts, extra lang, macht zu, 30. 6 links, extra lang, macht zu, 4, 30. 5 rechts, lang, Achtung, 30, 1 rechts. In don't cut, 3 links, lang, langsam, 50. Abzweig, kehre rechts. 50, überziehe, 100, bis Stop. Huh. Geil, ey. Das macht richtig Spaß auf dem Asphalt. Das ist halt eine ganz andere Art zu fahren, was wir bis jetzt hatten. Und dann mit so einem Fahrzeug, was halt eigentlich für den Asphalt gebaut ist. Richtig geile Sache. Wir haben gute Arbeit geleistet. Das könnte eine Bestzeit auf der WP bedeuten. Ja, das wäre doch geil. Geil, ja, wir haben wirklich die Bestzeit. Boah, geil. Und hier sehen wir jetzt auch den Porsche 911 R GT Rallys Pack. Wie ich angesprochen habe, den gibt es halt. Also die, die jetzt schon spielen können, haben den auf jeden Fall im Spiel. Weil die, die jetzt spielen können, sind Deluxe Edition Besitzer. Oder halt wie ich Pressebesitzer. Die haben ihn dann natürlich nicht. Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Weil gerade als Pressezugang finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man einen vollen Inhalt bietet, damit ich den euch eigentlich auch zeigen kann. Um zu zeigen können, lohnt sich überhaupt so eine Deluxe Edition oder nicht. Aber wie gesagt, ich werde da einfach doch noch selber Geld in die Hand nehmen. Irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer. Und dann werde ich mir einfach selber das irgendwie nachkaufen. Wenn das halt irgendwie geht. Aktuell, glaube ich, gibt es noch keine Möglichkeit, das irgendwie zu upgraden. Aber um das soll es jetzt auch nicht gehen. Nächste Etappe steht an. Ich bin jetzt, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen auf Vorsicht auch gefahren. Weil ich meine, diese über 400 PS, das ist schon eine Wucht, die man da bewegt. Und so breit sind die Straßen jetzt auch hier wieder nicht. Aber es hat trotzdem gereicht für die Bestzeit, was mich sehr gewundert hat. Aber jetzt, ihr seht, kommt diese nasse Rally. Und ich bin echt, echt gespannt, wie die Reifen funktionieren. Wenn es extra Regenreifen gibt, dann hat das schon eigentlich was zu bedeuten im Spiel. Oh Gott. Alles klar. Ey, wir haben nur Wheelspin. Oh, fuck. Aber wir fahren auch nicht aufs... Boah. Sieh denn das? Wie ich quer statt? Alles klar. Okay, das wird eine lustige Sache. Das wäre ein Eiertanz. Ich konzentriere mich. Kuppe, 50, voll mittig, über Kuppe lang, 100. 6 rechts, 100, 5 links lang, über Kuppe, 100, 4 rechts, extra lang, macht auf, 100, langsam, mittig halten, über Kuppe, in 3 links, macht zu. 50, 6 links lang, macht zu, 150, 4 rechts lang, über Kuppe, 50, 4 links, macht auf, 30, frühe 5 links, 100, 6 rechts, 100, 6 rechts lang, über Kuppe, 120, 6 links lang. Macht auf, über Kuppe, macht zu, macht zu, 30, 5 rechts, extra lang, macht zu, 30, 4 links, links halten, für 150, cut, 5 rechts, rechts halten, für 150, 5 links lang, macht auf, über Kuppe, in 4 rechts lang, über Kuppe, in 4 links lang, über Kuppe, langsam, 30, ab 2, 2 rechts, 30, 4 rechts, links halten, für 30, 3 rechts, macht zu, in 4 links, in 5 rechts, in 3 links, in 5 rechts, in 3 links, macht zu. 30, 6 rechts, macht auf, über Kuppe, lang, 30, 4 rechts, lang, 30, 5 links, lang, in 3 rechts, macht zu, in 5 rechts, in 4 links, lang, in rechts halten, über Kuppe, 5 links, in 6 rechts, in 2 links, macht zu, in 4 rechts, lang, macht zu, 2 lang, macht auf, rechts halten, für 50, 2 links, lang, macht zu, macht auf, in 6 rechts, in 6 rechts, in 3 links, lang, in 3 rechts, macht zu, In 4 links 50, 2 rechts lang Macht zu, über Gruppe In 2 links, macht zu In 2 rechts lang Macht auf, 30 3 rechts Das ist ein richtiger Eier-Tanz, ey Extra lang, macht auf, 50 Rechts halten, in 3 links In 2 rechts In 2 links, macht zu In 1 rechts lang, macht auf, 50 Rechts halten, in 5 links In 4 rechts Links halten, für 60 4 rechts, sehr lang Macht auf, 30 5 rechts, über Gruppe 3 links lang In 5 rechts In 3 links lang, macht zu 2 In 6 rechts, extra, extra lang Macht zu, 4 lang In 6 links In 4 rechts 50, über Gruppe 3 links, macht zu In 4 rechts 100 2 links, extra lang Macht auf und macht zu In 4 rechts lang In 2 links 6 links Rechts halten, für 20 6 links In 5 rechts lang, macht zu Macht auf, lang 80 5 links, extra lang In 4 rechts In 2 links, macht zu In Achtung 2 rechts, macht zu 2 links Links halten, für 100 Über Gruppe 6 rechts lang 150 5 rechts, cut In 6 links In 5 rechts lang 120 6 rechts 50 In 4 rechts lang, macht zu In 6 rechts lang Macht zu In 6 rechts lang, macht zu 60 4 links lang, big cut In 4 rechts lang Macht auf, 30 4 rechts eng In 4 links 5 rechts, big cut In 4 links lang 50 2 rechts lang 60 Achtung Don't cut 2 links lang In 2 rechts, extra lang 30 Achtung 5 links lang Macht zu 3 30 6 rechts Lang Sie sagt auch noch Sie sagt gerade Macht zu 3 Und ich war Da durch Wie so ein Idiot Oh Gott Nee, da war gar nichts gut Oh, ich Idiot, ey Ah, jetzt hab ich mich die ganze Zeit so zurückgehalten Ich hab echt nicht zu viel Risiko gemacht Weil das echt richtig rutschig ist Also die Regenreifen sind dann nicht umsonst im Spiel Aber die konnte ich ja nicht aufziehen Oder ich hätte halt mit Regenreifen in der Trockenwerdung fahren müssen Aber, ähm, ja Und dann mach ich jetzt Ich hab ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten Und dann mach ich so einen dummen Fehler am Ende Sie sagten auch 5 geht in 3 Und, oh Gott Ja, das hat jetzt halt gut Zeit gekostet Ähm Ja, sind 15 Sekunden Oh Gott, ey Das war so unnötig Ich glaub, wir waren gar nicht so weit weg Jetzt wahrscheinlich von der Bestzeit Aber einfach diese 12 Sekunden Strafe Wir sind trotzdem noch Zweiter Ähm, weil wir halt eine echt supergeile erste Stage hatten Aber, ähm, ja Das war jetzt natürlich unnötig Schade Schade, schade, schade Das, äh, da hätte ich ein bisschen mehr mich konzentrieren müssen Aber es sieht schon geil aus Also, für das lohnt sich's schon in der Nässe zu fahren Hier mit der, mit der Abenddämmerung Und wie das ausschaut Äh, ist schon geil, ey Der klingt auch so geil, dieser V8 Ja, da kann man gar nichts dagegen sagen Aber ja, machen wir weiter Jetzt gibt's nochmal erstmal Service Park Und, äh, jetzt haben wir, glaub ich Eine Nachtetappe hab ich, glaub ich, noch Oder? Ist das jetzt in der Nacht? Könnte sein? Oder die letzte Etappe in der Nacht? Ich weiß es gar nicht Ne, 0 Uhr 18 Also, jetzt dürfen wir nochmal in der Nacht ran Aber ich glaub trocken Hoffe ich Ähm, ja Auf jeden Fall Fahrzeug erstmal reparieren Das war's natürlich Aha, das ist jetzt ärgerlich am Ende Nicht, dass das uns jetzt am Ende wieder Einen guten Treppchenplatz oder so kostet Ja, Reifen, gucken wir mal Die Reifens Die mittleren sind eigentlich kaum verbraucht, gell? Also Das sind die neuen Aber guck mal, der ist Hm Ich riskier mal was, ja Ich will mal was dosieren Wir nehmen mal die weichen Reifen Die auch nochmal kurz Ich lese mal kurz vor Ein Reifen, der auf Leistung ausgerichtet ist Mit seinem Profil Ermöglicht er einen guten Schub Und Bremsverhalten Und bietet gleichzeitig einen hohen Grip In Kurven Jedoch nutzt er sich schneller ab Als die härteren Modelle Und muss da öfter gewechselt werden Aber Ich riskiere es mal Weil der ist so kaum abgenutzt irgendwie Und das auf einer Asphalt-Rallye Ich Ich riskiere es Komm, wir müssen eh angreifen Durch den Fehler Wünscht mir Glück 30, 2 links, mach zu Viel Glück 5, 4, 3, 2, 1 Los 105 rechts 30, 2 links, mach zu In 3 rechts lang, mach auf 50, don't cut 6 rechts Holla die Waldsehe Mann, übelst wie Grip 100, frühe 4 links 4 rechts Extra lang Don't cut Macht auf In 5 links Macht auf 80 4 links Extra lang In 6 rechts Mittig halten Für 30 6 rechts Macht zu 4 Macht auf Macht zu 5 rechts In 5 links lang In 6 rechts Übergruppe In 5 links Extra lang 30 5 rechts lang Macht zu 3 In 4 links lang 30 6 rechts Extra lang Macht zu In 4 links lang Macht zu 3 Eng In don't cut 4 rechts Macht auf 30 6 links 150 Frühe 5 links 100 3 rechts Macht zu In cut 4 links In 5 links Small cut Übergruppe In 6 rechts lang Macht zu Achtung 30 5 rechts lang Macht zu 3 Eng 50 Langsam 5 links Übergruppe lang In 3 rechts In 4 links Small cut In Achtung 6 rechts 2 links lang Macht auf 6 In 3 rechts Sehr lang Macht zu 100 3 rechts Macht zu In 2 links lang Macht zu 1 30 6 links In 4 rechts Macht auf lang Macht zu Nach Kreuzung 5 links Macht auf Extra lang In 4 rechts lang 50 6 links lang Macht auf 100 5 rechts Extra extra lang Macht zu Bis Kuppe Und 6 links Extra extra lang Macht zu Cut Macht auf 50 6 rechts 100 6 rechts Übergruppe Langsam Links halten Übergruppe 60 Achtung 2 rechts Macht zu Macht auf 6 In Small cut In Small cut 2 links lang Macht zu 1 Small cut 70 4 rechts lang 30 2 rechts In 2 links lang Macht zu Don't cut Macht auf 100 5 rechts lang Macht zu Übergruppe In 4 links lang In langsam Small cut 5 rechts 3 links 2 rechts Macht zu Small cut In 6 links Macht auf 50 6 links Rechts halten Für 30 1 links Macht zu In 2 rechts Small cut In 3 links Lang In 2 rechts Macht zu 6 links Überziehe 70 Bis Stopp Wuhu Wuhu Alter Diese weichen Reichen Das ist ganz anderes Fahren Ich meine gut Der Kontrast Jetzt natürlich Zum Nassen Wirkt wahrscheinlich Jetzt stärker Aber ich glaube Wir haben gute Chancen Diese Wertungsprüfung Zu gewinnen Ähm Ja aber das ist echt krass Also man hat richtig Grip Das ist richtig Richtig übel Und ja Guck mal Da sind wir jetzt Auf einmal haben wir 14 Sekunden Vorsprung Fast 14 Sekunden Vorsprung dadurch Das Problem kann jetzt Natürlich sein In der letzten Etappe Die glaube ich Richtig richtig lang ist Könnten jetzt halt Die Reifen zu Deige gehen Was natürlich nicht so geil wäre Aber jetzt schauen wir mal 14,34 Kilometer Noch mal volle Action Hier Und jetzt hoffen wir mal Dass die Reifen durchhalten Und dass sie sich Konzentriert bleibt Dieser eine Fehler In die Leitplanke Ey das hätte richtig Schief gehen können Ihr seht auch Das Auto sieht ein bisschen Ramponiert aus Also nochmal Konzentration Wir hören uns Wenn ich durch bin Viel Glück 5, 4, 3, 2, 1, 6 rechts, 100. Was, ich bin zu früh losgefahren? Ne, 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 da starte ich neu. Ich bin noch nicht zu früh losgefahren. Laber keinen Scheiß. 5, 4, 3, 2, 1, los. 6 rechts, 100, 3 links, 150, 2 links, extra lang. Ja, das ist dieselbe, das fängt genau gleich an wie die erste Etappe, die wir gefahren sind, nur das ist jetzt die längere Version davon. Auch cool, das heißt wir kennen den Abschnitt schon. 2, in 5 rechts, übergucke, extra lang, Achtung, macht zu, 2 lang. In 6 rechts, in 2 links lang, macht auf, übergucke. 6 rechts, in 5 links, macht auf, 150. 2 rechts, macht auf, 4. Extra, extra lang, 50. 4 links, macht zu, 3. Überbrücke, 30. 4 links lang, macht auf, in 5 rechts, 100. 4 rechts eng, in 6 links kurz, 40. 4 rechts, macht auf, 6. Und kuppe, in 2 links, don't cut. In 5 rechts lang, 3 links lang, macht zu, 2. Macht auf, 6 lang, übergucke. In 1 rechts lang. Macht auf, 30. Small cut, 3 links lang, in 3 rechts lang, übergucke. In 4 links, in 4 rechts, in 4 rechts, in 4 links lang, in 5 rechts, übergucke. In cut, 5 links, in 6 rechts, macht auf, 50. 3 rechts, cut, 5 links, in 6 rechts, übergucke. In 4 links lang, small cut, 50. 3 rechts lang, macht auf, in cut, 4 links. 4 rechts, in 3 links, macht zu, small cut. Rechts halten für 50, 4 rechts, 100. 5 links, cut, spät, extra lang, 30. Frühe 5 rechts, übergucke. Cut, 6 links, 50. 6 rechts lang, cut, 6 links. In 6 rechts, in 6 rechts, cut, 4 links, in 6 rechts, cut, 6 links. 5 rechts, in 5 links, übergucke. In 6 rechts lang, 30. 4 links, big cut, in sofort, 3 rechts. In 4 links, 30. 2 rechts, macht zu. In 2 links, extra lang, macht auf. 120. Kuppe in 3 rechts, lang, macht zu. In cut, 5 links. In 3 rechts, extra lang, übergucke. 50. 3 links, lang, in 5 rechts. In 3 rechts, in 3 rechts, extra lang, übergucke. In 4 links, lang, übergucke. In 4 links, lang, 80. Small cut, 6 links, in 3 rechts, extra lang, nach zu. 30. 6 links, extra lang, nach zu. 4, 30. 5 rechts, lang, 38. 1 rechts. In 4 rechts, in 3 links, lang, langsam. 50. Abzeug, kehre rechts. 300. Man sieht halt gar nichts, aber okay. In 5 rechts, in Don cut, 3 links, nach zu. So, jetzt geht es hier weiter. Da war nämlich vorher Schluss. Ja, und ich mache gleich den Fehler. In 2 rechts, nach zu. In 6 links, in 6 rechts, lang, macht auf. 30, rechts halten. In 2 links, macht zu. In 3 rechts, in 5 links, small cut. In 5 rechts, lang, übergucke. In 4 links, übergucke, macht auf. 50. 1 rechts, lang, macht auf. In 4 links, macht auf und macht zu. In 4 links, sehr lang, 80. 2 rechts, small cut. In 3 rechts, cut. In 3 links, lang, macht zu. In 5 rechts, in 3 links, lang. In 4 links, extra lang, macht auf 6. In 4 links, extra lang, macht auf 6. 60 Voll rechts 50 3 links lang In 5 rechts lang Und 4 rechts kurz 4 links lang Macht zu In 6 rechts lang Überkuppe Langsam 30 1 rechts lang Macht zu Und 3 links lang Macht auf 100 3 links lang Macht auf Und macht zu In 5 rechts 30 2 rechts Macht zu In 6 links In 5 rechts Small Cut 5 links Macht zu In 5 rechts lang Eng 30 4 links Macht auf 6 Extra lang 30 5 rechts Überkuppe Links halten Für 30 4 rechts Small Cut In 3 links Macht zu 100 6 rechts 150 6 rechts 30 Don't Cut 3 links Macht zu In 4 rechts Sehr lang Macht auf In 5 links lang Macht auf 3 rechts 3 rechts lang In 4 links Extra lang Macht auf In 5 rechts Extra lang Macht auf In 6 links In 6 rechts lang In 4 links Extra extra lang Macht auf Macht auf 10 Macht auf Macht auf 6 links In 5 rechts Extra lang Macht zu 100 4 rechts In 4 links Lang Macht zu In 4 rechts 80 80 Voll rechts Überkuppe In 5 links 40 3 links Macht zu In 3 rechts In 5 links Lang Und 50 6 links Achtung 30 3 rechts Macht zu Macht auf 6 lang 30 2 links Lang Macht zu In 3 rechts Macht zu Überziehe 50 Bäm Alter Was für eine Geile Etappe Bitteschön Das hat ja Aber ich Ja Ich komme vom Kritz Nicht mehr raus Ich denke wir haben es geschafft Lass uns die Zeit Überprüfen Ja Ich denke es auch Dass wir es geschafft haben Lecker Bio Boah Guck mal was wir da rausgeklöppelt haben Aber ey Das hat sich richtig geil angefangen Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl Dass die weichen Reifen Gegen Ende schlechter wurden Gut Am Ende waren es auch kaum noch Kurven Das war Richtig viele Fünfer und Sechser Aber das hat Man hat so viel Vertrauen In diesem Aston Martin Man hat halt kaum diese Sprünge Die das Fahrzeug aushebeln Und Ey das hat einfach so viel Laune gemacht Ey Und wir haben tatsächlich gewonnen Guck mal Was für ein Vorsprung Ey Bäm Gucken wir mal die Wiederholung rein Ja sehr sehr geil Ich hoffe euch hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir Das war richtig genial zu fahren Das hat richtig Laune gemacht Hier diesen Aston Martin Vintage V8 GT4 Auf dieser Asphalt Rallye zu bewegen Das hat Ja Das ist einfach geil Ich glaube ich bin noch weit vom Limit weg gewesen Ich glaube da wäre noch viel viel mehr gegangen Aber Ja Es hat gereicht Und das ist die Hauptsache Ich würde sagen Ich lasse euch nochmal am Schluss mit ein paar Bildern alleine Und vor allem mit dem vollen Spielsound Und ja Hört mal rein Diesen V8 Sehr sehr geil Viel Spaß Das ist die Hauptsache Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020